ja das ist das wir sollten nach rechts jedoch nach links nein nach rechts ist besser nur weil du da bist musst du mich ruckern genau, huck sie und dann huckst du mich ne ich warte mal und dann sprichst du rein hui hui und das hier nix uh okay weil ich sieht das immer so einfach aus auch voll einfach das ist relativ einfach aber wir haben das auch schon wenn es schon 20.000 mal gespielt hat das kann ich nicht das ist auch nicht leicht das ist doch nicht richtig oder ja gut wir wollen rein du kannst ihn oben ja warte so und jetzt musst du mich holen yeah das kann ich das einfach alles klar cool sehr gut gute besserung ach verdammt ich bin nicht gefreased alles noch nicht ach so ich wollte schon wiederkommen ach ach ne das ist genauso doof ähm ich geh rein äh ja genau so scheiße wie das eben nur noch schwieriger ne weil du noch weniger Platz hast ja Platz hast genau ja könnte dich hämmern ne aber das bringt nix höchstens vielleicht von da so oder ja genau theoretisch vielleicht ja oder auch nicht ich glaube auch nicht lass mich mal von hier unten ok ne nein stirb nein ich will nicht sterben ich kann mal wechseln ich kann ja mal wechseln ich glaube ich kann es wirklich besser von unten ja gut das sah so aus stimmt das recht ja ups Entschuldigung deine Schuld ja ich glaube tatsächlich dass du es besser von unten konntest ach ganz versuch doch mal von unten ups ich lass es einfach ich muss dabei nach rechts drücken das vergiss ich aber am besten nach links wow das war ja wohl gemeistert so das ist jetzt auch relativ schwierig äh weil hier kann man halt einfach übelst einfach failen ne ich warte mal hier so zum Beispiel ähm Ronja Ronja warte mal ja ja ich wollte nur zur Seite gehen danke ja hm jetzt darfst du oben rein springen genau springen oben rein ja perfekt perfekt alles klar und ich verkack's jetzt haha oh nein oh nein oh nein ja ist egal mach weiter nein 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 doch ich guck euch zu ich mach ohne dich nicht weiter nein ich protestiere ich protestiere na doch geht mal weiter ich komm ich komm nach geht mal weiter komm nach du kommst nicht alleine hierhin du kommst ja eben aber egal lass mal weiter machen ich kann alles ich weiß gar nicht mehr wie weit die wie lang die map noch geht ich auch nicht ich glaube nicht mehr so lang zu lang ich hab noch keine Zeit also mach mal so nur halt wenn ich nicht gefreesed bin warte kurz lass mich mal wieder dahin wo ich gerade stand so jetzt mach das was ich dir gerade gezeigt habe perfekt so jetzt pass du kannst dich auch einfach hier hinstellen und hämmern dann genau ja ok das äh uch ja guckst du uns zu nein ah ist einfach mies ja ich hab doch gesagt ich komm nach wie willst du denn nachkommen keiner links und einer rechts wahrscheinlich einfacher wenn du rechts gehst ich bin mir grad aber nicht ganz sicher ich glaub ich will das gar nicht mehr machen so was will ich jetzt machen einspringen so ja macht sinn oh nein nicht so nah nicht so nah nicht so nah du brauchst nicht so nah zu gehen der Hook ist relativ lang ja ich schätz das ich kann das immer nicht einschätzen irgendwie so jetzt nach oben ist da noch jemand anderes mit dem du jetzt gerade raced oder was du musst schon hooken ich schwitze oh sorry jetzt ist er direkt gejoint aha süß ach tatsächlich ja warte oh gott du Fettsack naja du musst das hier so machen so wup bitte was oh gott mit schönem Schwung zumindest ist es so am einfachsten ich spring einfach so da kann sich immer noch ruhig huiii so pfff pfff oh man hau 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 ja das ist nur hucken müssen so na 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 ich hab sowas nach unten hocken damit du ein bisschen Speed drauf kriegst quasi ja 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 ach es gibt auch noch so ne es gibt noch so ein paar beschüssende Stellen hier ja wir sind noch nicht am Ende ja ja merk schon so versuch dann mal hin zu springen du musst springen und am besten auch hooken am besten auch hooken oh gott erstmal nach hier hast du mehr Platz oben oben geht besser weil du mehr Platz hast am besten nach links hooken und springen und alles und alles und alles genau und das alles halt alles um wirklich schnell nach links zu kommen alles was du kennst um möglichst schnell nach links zu kommen ach gott ich esse das hoffnungsloser Fall knuffel ich brauch dich ja wir arbeiten dran mit wem rafst du jetzt? xarek oder was? jo xarek ist gut aber ich muss eigentlich gleich auf ha ja 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 ich hab noch eine Prüfung achso achso ja es ist also ich schlaf eh nicht ich bin noch am Handy aber ich glaub ich schaff das nicht darüber ne äh ich würd ja jetzt sagen du kannst ja auch mal versuchen zu springen aber äh ich weiß nicht ob ich dich darüber bekomme ich glaub ich bring dich hier um ja du kannst mal ausprobieren du kannst mal den Part ausprobieren dann musst du mich hier hoch hooken und dann äh hämmern und nach oben ziehen quasi damit ich über diese Kante links vorbeikomme ja klasse ich das krieg ich gar nicht hin stell dich mal dahin du kannst ja nicht viel falsch machen also du kannst dich nicht selber damit umbringen fast 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 ok fast ach ich hasse sowas ach ich hasse sowas ja das so geht doch so und ja genau ich krieg's auch nicht immer hin das ist ne blöde Stelle einfach achso ja achja fünf Jahre später ich krieg das noch hin oh und jetzt? ich weiß es nicht ich hab mich grad ein bisschen verloren ich hab mich grad so schön hinbekommen achso geht doch vielleicht kann ich sogar von hier aus besser weil ich irgendwie dann oben nicht gegenkomme achso geht doch ich hab mich genau ach so ich hab dich vg Ich bin so schlecht. Ich hab's auch nicht hinbekommen. Ja, ich hab diese Map auch schon irgendwie zwölfmal durchgespielt oder so. Nee, und du hast doch keine ddnetzeit. Nee, ich benutze ddnet ja erst seit heute. Stimmt, hab ich ja gelesen. Deswegen seh ich Knuffels Skin auch. Dich hämmern, genau. Den Wuschel. Den Wuschel, genau. Der Wuschel. Ich glaube noch, dass ich behalte mein graues Camouflage. Ich glaub, jetzt ist es mit mir aus. Ich glaub, Konzentration ist tot. Jetzt oben hucken, genau. Skill. Skill, genau. Ich bin gerade nicht ganz sicher, was das optimalste ist, was ich machen kann. Ja! Aufregung. So, das ist jetzt ein bisschen mies hier. Also am besten... Super! Oh, fuck. Oh Gott, nee! Okay, renn einfach nach links und benutze deinen Doppelsprung, um in das Grüne reinzukommen. Ja, genau. Und genau so. Perfekt. Oh, fuck. Oh Gott. Oh Gott. Alles klar. Jetzt kommt die beschissenste Stelle von allen. Wir waren doch nicht bei der beschissensten. Also ich mag diese Stelle überhaupt nicht. Du musst halt jetzt irgendwie... Wir müssen halt irgendwie da oben reinkommen. Einer von uns. Und das... Krieg ich nicht hin. Ja, du kannst auch mal ausprobieren, aber krass. Genau. Oh, fast. Kannst du auch nach ganz oben, falls du das hinkriegst. Das war so knapp. Okay, das war jetzt ein bisschen fail. Oh Gott! Ich hab's gespürt. War fast drin. Ich weiß, wenn du da stehst. Aber du hast bei mir auch keine DDNet Zeit. Ich? Nö. So. Ich glaub, ich hab die auch noch nie im DDNet gespielt. Die ist ja auch schon uralt. Ja, ist doch wahr. Ja. So. Ach Gott, magst du das? Wie gesagt, diese Stelle mag ich überhaupt nicht. Was? Nee, probier's auch noch mal. Äh. Gott. Man kann's theoretisch auch noch anders ausprobieren. Nämlich so. Aber... Das geht mit drei Leuten besser. Ja, wir sind fast da. Gott! Ich bin bei dieser Stelle echt nicht gut. Es gibt welche, die können das direkt beim ersten Mal. Gib uns noch so vier Minuten, dann sind wir da. Falls wir nicht failen sollten irgendwo. Ach ja. Guck mal ganz kurz, wo ihr seid. Ah, naja. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ihr da seid, wo wir sind. Ach quatsch. Ach. Der hat den Sonic-Skin. Oder was? Du bist wieder ne Ahnung. Seh ich nicht. Ach. Der hat den Sonic-Skin. Ach. Gott. Jetzt wieder. Warum juckt meine Nase eigentlich so? Das ist wirklich nicht cool. Das ist bei mir aber irgendwie auch genau so gerade. Das ist grauenvoll. Empirisch bewiesen. T-Worlds macht, dass die Nase lebt. Ja, jetzt komm. Bewege deinen Hintern. Ich hasse diesen Part. Wieso seid ihr schon fail? Nein. Ja, ich meine. Das ist kein Part, wo man wirklich failen kann. Das ist doch gut. Aber wir kriegen ihn einfach nicht hin. Aber ich muss ein bisschen weiter links anfangen. Um da überhaupt reinzukommen. So ging es gerade am besten. Für mich persönlich. Deswegen, ja. Ja, ich meine. Wenn du rechts anfängst zu hooken, dann hast du ja gar kein... Also dann hast du... Wie willst du da reinkommen, wenn du von rechts anfängst zu hooken? Das geht doch gar nicht. Du musst ja von links rein. Aber wenn du schon... Ich meine von... Du musst von links rein. Und wenn du rechts dann schon bist, dann... Ich habe gerade rechts und links vertauscht. Ja. 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 Das ist gar nicht allzu viel, ich hab das Gefühl! Aaaaaaahhhh! Pura Rage! Moment. Ich hatte es vorhin irgendwie, dass ich... Ich hasse diesen Part. Würde es nicht so machen. Das geht, glaube ich, gar nicht. Ah, das sah schon nicht schlecht aus. Ah! Genau das, genau das. Jetzt huck erst mal nach oben, damit du oben reinkommst. Genau. Stopp, 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 stopp. Jetzt musst du mich erst mal hochholen. Nicht nach rechts laufen! Wenn du da rein rennst, dann sind wir... Weiß. Einfach hochhucken und mich hämmern am besten, was für... So, jetzt kannst du rein. Oh, Gott! So, okay, dieser Part ist auch hart. Also ich finde den Part extrem hart. Ich will nicht. Ähm... Ja, das Problem ist jetzt, dass du auf der rechten Seite bist und du musst mich hier durchhucken, während du keinen Boden unter den Füßen hast. Oder du musst ja... Huck dich mal hier unten hin. Irgendwo. Halt von unten nach oben hucken. Ich brauch hier Platz quasi. So ein bisschen, genau. Dann darf ich das vielleicht nicht. Alles klar. Bin durch. So, jetzt kommt der schwierige Part. Nämlich das hier unten. Ähm... Ja, geh, geh mal runter. Geh einfach runter. Nicht nach... Wer das nicht nach rechts gehen soll. Hallo, ich seh euch. Tschüss. Hast du gesagt, gerade vier Minuten, dann seid ihr da? Ja. Und jetzt seid ihr gerade ganz am Anfang. Ich hab gesagt, wir werden nicht failen. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen hart. Oh Gott. Und hätte einfach hier links runter gehen sollen. Hätte ich auf dich drauf springen können. Leute müssen auch denken, ich bin kackknapp, ey. Okay. Ich glaube, ich kann jetzt hier einfach runter. Ja, nein, nein! Das sah gut aus. Aber ich hab gefehlt. Oh fuck. Scheiße und ich muss auf, ey. Schon seit neun Minuten. Naja. Scheiße. Scheiße. Ist kein Problem. Wir machen irgendwann nochmal weiter. War doch trotzdem lustig. Ja. Ich glaube, das war der beste Stream, den ich je hatte. So lustig war es schon lange nicht mehr. Ja, also... Ich hab mich... Ja, ich hab mich total blamiert. War echt witzig. Oh Gott. Ach. Ja. Ich war ja besser... Ich war auch nicht viel besser, als ich das das erste Mal gespielt hab. Mal gucken, ob ich irgendwie Vertretung hab morgen. Mal gucken, ob ich irgendwie Vertretung hab morgen. Ja. Ach, Schule. Ja. Ach, Schule. Cool war scheiße. Ja. Ja. Aber Uni ist auch nicht besonders toll. Oh wow, endlich steht mal der Raum drin, in dem wir Prüfung schreiben. Das ist toll. Wo hast du denn ne Prüfung? Also in welchem Fach? Englisch. Okay. Mach ich mir nicht so Sorgen. Da war Mathe schlimmer. So, und anstatt Mathe haben wir... Kunst. Hey. Ich hasse Kunst. So, Moment. In 4,1 und in 4,7. Ah, schön. Guck mal, ob... Ne, da fällt man so oft an diesem Part, wo du da gerade eingefallen bist. Alter, ich lagge einfach so krass hier, ne? Achso, du lagst. Okay. Das ist... nicht schön. Warum benutzt du da den Grenade und nicht den Hammer? Ja, weil ich gerade lagge und ich da nicht reinlaufen wollte. Achso. Achso, okay. Alles kann darauf zurückgeführt werden, dass du laggst. Kann ich mir sitzen. Ja, ne, alles nicht, aber... Will ja auch jetzt hier nicht unnötig fehlen. Boah, du wirst einfach gehämmert. Zumindest der Plan. Wenn der mich nicht irgendwo reinhämmert. Aber gut, dass Xarek noch am Leben ist. Ich hätte den mal auf Steam sogar. Oh, dann kann ich ihn mal eben raus-tammen. Zwei Benachrichtigungen. Zwei neue Chat-Nachrichten. So. Ich hab keinen Bock. Oh, Gottes Willen. Revo Rank S. Ist sein Clan. Aber Xarek ist echt gut. Ja, das glaub ich dir. Und trotzdem haben wir eben fett gefailt. Ich glaub, es gibt... Aber ich glaub, es gibt bessere als ihn. Also, ich bin mir sicher, es gibt bessere als ihn. Also, ich hab schon bessere gesehen, aber ich kenn ihn nur von... Ja, capture the flag. Ah, so macht ihr das. Auch mal. Ah, zu zweit viel einfacher. Wie guckst du denn da, was die machen? Und? Äh, Slash Pause. Und dann kannst du... Mit Shift... Dann bist du quasi Spectator, aber bleibst halt an deiner Presseposition stehen. Spectate. Oder... Ja... Slash Spectate. Geht auch. Jedenfalls... Nicht... Nicht... Die äh... Funktion benutzen, die im... Im Hauptmenü ist, weil... Oder? Zumindest bei dem normalen Client stürzt. Eigentlich... Das ist glaub ich egal hier. Beim normalen Client ist das glaub ich, dass du dann stürbst. Wenn du das so machst. Chimera sagt, ich glaub ich bin besser als die. Mee meh meh. Heul doch. Beweise, Beweise. Beziehungsweise als Xarek. Boah, ich hasse Leute, die sich für was besseres halten. Hab ich das schon mal erwähnt? Den würde ich, wenn ich die auf der Straße treffe, äh... Einen Döner um die Ohren hauen. Einen Döner? Einen Döner wär mir zu schade eigentlich dafür. Das wär ja Verschwendung. Ich will... Ich will nicht eingebildet klingen. Sagt er jetzt gerade noch. Einen... Einen... Zu spät, genau. Du bist unten durch. Ich... Ja... Hast du verkackt jetzt, Chimera. Aber ich muss echt oft, sorry, ey. Das ist... Sonst werd ich geköpft von meinem Vater. Zweimal oder so. Ja... Du musst halt ohne Kopf weiterleben. Echt mal. Ich bin noch zu jung, um zu sterben, okay? Na gut. Schreib lieber Englisch. Bei der Lehrerin hab ich eh keine Hoffnung, dass unsere Klasse irgendwie gute Noten kriegt. Ehrlich. Ich kann... Ich hasse sie. Ich hatte so oft mit ihr schon Diskussionen, die lässt nicht mit sich reden. Selbst wenn du weißt, du hast recht und dass du die logischen Argumente lieferst. Geht ein Dachsteiger. Ich weiß auch nicht, was der hier macht. Er will kuscheln. Ja, ohne Spaß. Also ich hab immer noch am meisten... Also Englisch in der Schule ist schön, um so die Grundlagen zu lernen, aber irgendwie das meiste hab ich immer noch gelernt, indem ich einfach YouTube geguckt hab und Englisch... Gezockt. Gechat. Gechat. Genau. Gechat. Gechat. Ja, aber echt einfach so... Du kannst halt englische Let's Plays gucken. Du kannst ja Englisch aber kein Deutsch mehr, ne? Weil du gechat hast. Ja... Es ging... Es ist bei mir aber genauso. Also ich hab... Mein Englisch war jetzt nicht das Beste und vor drei Jahren oder so bin ich in den IRC. Also so ein Chat. Ich weiß nicht, wer das noch irgendwie kennt. Ja, IRC natürlich. Sehr gut. Das gute IRC. Quakenet oder so. Ja, Quakenet. Da war ich immer drauf. Ne, okay. Vor drei Jahren. Ne, ist jetzt... Da war ich... Okay, da war ich 13. Weißt du? Jetzt weiß ich wie, ob du bist. Yay. Ja. Aber ist okay. Ähm... Was macht der denn da? 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 Ja. Fall doch einfach mal hier drauf. Ich weiß nicht wie das geht. Ich weiß nicht wie das geht. Er hat das doch eben auch gemacht. Ja eben. Ja eben. Ne. Ja doch. Vielleicht ist er genau wie ich in die D-Race. Ein bisschen. Perfekt. Genau. Da haben wir eben auch gefehlt. Ja, warum... Warum tweet er dich auch so weit nach oben, ne? Wait? Wie? Wait. Ach so, er will... Er will dich jetzt von unten noch durchhucken. Jaja. Will er. Kann ja mal versuchen. Mach mir ne Zigarette. Kettenbraucherin. Ja genau. Oder machst du einfach nur Zigaretten. Ohne sie zu rauchen. Braucht die gar nicht. Aber pscht. Wenigstens was Produktives, ne? Was man so mehr beimachen kann. Genau. Ja, ne? Xarek. Naja gut, ich verpiss mich dann nochmal. Ja, alles klar. So, viel Erfolg morgen. Du brauchst das schon. Erst mal das Spiel ausmachen. Mach es jut. Oh, so, Moment. Dann Spotify ausmachen. Ah. Ach, ich hab Winamp an. Vielleicht sollte ich dann mal einen Moment... Vor allem, was der da gerade die ganze Zeit versucht. Das hab ich eben auch schon versucht. Ging eben schon nicht. Aber er ist besser als du. Zumindest denkt er das. Seh das. Chimera sagt auch tschüss. Naja. Tschüss. Tschüss. Werden dich vermissen. Also, falls du halt offline gehst und so. Wie auch immer. Moment. Und dass es nicht so gemeint war. XD. Ich brauch noch mal einen Link zu deinem Stream. Das geht so nicht. Twitch.tv slash Fizzle. So wie ich ihn im Spiel heiße. Ist aber nur streamen. Du nimmst das nicht auf, oder? Ich streame und ich kann das dann auf YouTube noch exportieren. Ist ja eklig. Nimm die Sachen raus, wo ich gefällt hab bei so alles. Nein. Warum nicht? Weil das die lustigsten Parts waren. Okay, also kann ich morgen bei YouTube einfach reingeben. Nachtschatten, spät, T-World. Ach Gott. Morgen. Ach, ich glaube ich werde das schedulen, dass das irgendwie... Dass das so in 15 Minuten Parts auf YouTube hochgeladen wird. Zumindest spame ich damit momentan so meinen YouTube-Kanal voll von irgendeinem Stream und das einfach nur in 15 Minuten Parts aufgeteilt. Aber... Was will er jetzt? Keine Ahnung. I can't do it. Ja. I know. Ich weiß, ich war auch noch auf Twitch angemeldet, da war ich 14 und ich glaube ich hab mich, weil ich... weil mir echt überhaupt gar kein Name eingefallen ist, warum auch immer, ich hab mich Ronja14 genannt, aber ich weiß mein Passwort nicht mehr. Oh, ich kann glaube ich doch nicht Z-Catch spielen. Da ist ja nur einer. Das ist ja langweilig. Oh, warte, ich komm auch nochmal. Scheiß jetzt drauf. Drauf geschissen. Ach doch, hier oben. Ach ne, da muss ich schon direkt am Anfang den Trick zugucken. Oder wollen wir CTF spielen und alle in ein Team? Oh Gott, nee, das wird bei mir nichts mehr. Ehrlich, ich... Oder Team-Destmatch. Knuffel, wo bist du drauf? Vor allem, wie kriegen wir, wie kriegen wir... Wo wir eben auch waren. Vor allem, wie kommen wir alle in ein Team? Das funktioniert überhaupt nicht, wenn halt... Also, dann muss aber einer, muss einfach die ganze Zeit einer... Also, dann müssen die meisten einfach in den Spectator warten. Soll ich mal einen kicken, irgendwie wegen Bot und Thray und... Hier, der Dops, der hat gerade das Game verlassen. Müsstest du jetzt eigentlich reinkommen? Ja. Kurz Musik an. Hehe. So, warte, äh, ich bin gerade am Refreschen. Was auch lustig ist, ist das Bomb. Kennt ihr Bomb? Tia Chimera. Ne. Ja, Bomb. Ich kenne... Tennis, oder? Es gibt einen T-Rod-Mod, der heißt Bomb. Ne, Bomb. Da ist einer die Bombe und die anderen müssen vor dem Weg rennen. Ach hier, Bomb. Mega lustig. Aber, hm. Aber nur, wenn man mit ganz, ganz vielen ist und am besten auf dem TS, das ist so lustig. Deswegen will ich ja das... Dass mehr Leute hier rauf... Oh, ich werd die ganze Zeit... Sorry. Ey, die ganze Zeit go Luck-Shot, ey. Ach so, okay. Das, das pisst mich so an gerade. So, bist du gerade auf irgendeinem Server? Ich sehe gerade nichts mit einem Herz. Bist du doch im DD? Ne, ne. Ich bin gerade wieder raus. Die Vision EU C-Catch. Äh, Z-Catch. Gott. C-Catch. Genau. Auf dem t-vision.eu. Und hier biefen sich gerade wieder Leute. Und hier biefen sich gerade wieder Leute.